Das iPhone lässt sich mit iOS 17 ziemlich individuell gestalten, was den Homescreen angeht, zum Beispiel mit Widgets oder auch mit App-Icons, die ihr ganz einfach so verändern könnt, wie ihr sie gerne hättet. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die ich euch gerne zeigen möchte, diese zu bearbeiten und auch Widgets zu platzieren, ohne dass man hier unten den App-Namen sehen kann, was das Ganze noch einmal viel cleaner macht. Wenn dich Videos wie dieses interessieren, dann ist mein Kanal genau das Richtige für dich und ich würde mich sehr über ein Abo von dir freuen und ich zeige euch jetzt direkt, wie ihr ganz einfach euren iOS-Homescreen individuell gestalten könnt. Ich würde sagen, wir beginnen zuallererst einmal mit dem Widget, welches ich hier platziert habe, welches einige Informationen anzeigt, wie zum Beispiel den Gerätennamen, denn das aktuelle iOS, wie hell das Gerät ist, wie laut, ob Wi-Fi, Bluetooth und Mobilfunk an ist. Dann haben wir hier den aktuellen Batteriestand, Arbeitsspeicher, Speicher und so weiter. Also so ein paar Informationen. Wir können hier auch interaktiv zwischen diesen verschiedenen Elementen wechseln. Das heißt, wir können hier zum Beispiel auch auf den Kalender gehen und uns hier dann entsprechend Infos anzeigen lassen und diese Widgets gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen, wie hier jetzt an diesem Beispiel auch in einer mittleren Variante. Es gibt auch eine ganz kleine Variante. Oben haben wir dann auch einmal eine Zusammenfassung und einmal das aktuelle Wetter mit dem jeweiligen Standort, wo ihr euch gerade aufhalten und ich finde ebenfalls, dass es eine sehr coole Möglichkeit ist, weil das Ganze eben so nahtlos auf dem Homescreen platziert wird. Man hat eben hier keinen richtigen Hintergrund mehr. Das Ganze sieht eben meiner Meinung nach wirklich sehr schön aus, vor allem, weil hier eben auch keine Bezeichnung unter dem Widget platziert ist, wie die jeweilige App heißt, über die ihr das Widget erstellt habt, was ich ebenfalls wirklich sehr schön finde. Für dieses Widget ohne App-Namen verwende ich die App MD Blank. Damit könnt ihr unter anderem auch ganz einfach komplett unsichtbare Widgets auf eurem iPhone-Homescreen platzieren und wie ihr seht, ist das hier auch direkt das Widget, was ich aktuell verwende. Es gibt aber natürlich noch viele weitere, also hier kann man dann durchscrollen, es gibt Fotowidgets und so weiter und unter iBot findet ihr eben die ganzen Widgets, die ich euch eben gezeigt habe. Dann gibt es hier, wie gesagt, noch Foto, es gibt Zeit, es gibt Text, also da gibt es einige individuelle Widgets, aber wie gesagt, iBot ist in meinem Fall das, was ich persönlich am ehesten verwende, weil man hier eben dieses sehr cleane Widget auf dem Homescreen platzieren kann. Für dieses iBot Widget benötigt man allerdings von MD Blank die Pro-Version, diese kostet glaube ich 1,99 Euro oder 2,99 Euro, ist also wirklich nicht teuer und gerade wenn man so ein cleanes Widget haben möchte, ohne dass man den App-Namen unter dem Widget sieht, ist das hier meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste Variante und wie ihr hier sehen könnt, gibt es die Widgets auch für die Standby-Funktion in iOS 17, was ich ebenfalls wirklich sehr, sehr praktisch finde. Um übrigens diesen transparenten Effekt bei dem Widget hinzubekommen, müsst ihr einmal hier bei transparentem Widget-Hintergrund ganz einfach einen Screenshot von eurem Wallpaper hinzufügen, einmal in hell und einmal in dunkel und dann kann eben der entsprechende Hintergrund ganz einfach ausgeblendet werden. Neben den Widgets habe ich dann hier noch ein paar App-Icons verändert, wie zum Beispiel bei der Nachrichten-App, dann hier Taschenrechner, Telefon, dann haben wir Safari-Mail oder auch die Musik-App, die Einstellung und hier auf der zweiten Seite eben noch einiges mehr. Und wenn ich hier jetzt einmal rauftippe, dann öffnet sich natürlich auch die jeweilige App, wie hier in diesem Beispiel die Einstellung und ich habe hier das Ganze per Überblenden gemacht, indem wir einmal in den Einstellungen in die Bedienungshilfen gehen, dann auf Bewegung und dann hier einmal Bewegung reduzieren auswählen, damit diese App eben durch so ein leichtes Überblenden geöffnet wird, weil ansonsten gibt es so einen kleinen Sprung zwischen dieser App-Verknüpfung und der eigentlichen App und das könnt ihr eben über Bewegung reduzieren ganz einfach verhindern und dann werden die Apps entsprechend direkt geöffnet mit so einem ganz kleinen Delay. Erstellt habe ich diese Apps mithilfe der App Moloko und damit habt ihr die Möglichkeit hier zum Beispiel iOS 6 Classic hinzuzufügen und viele, viele mehr. Also da sind wirklich sehr, sehr coole Themes mit dabei und so kann man eben die einzelnen Apps austauschen. Wie ihr seht, das ist das, was ich aktuell verwende. Dann haben wir hier noch Lotus, einige davon. Kennt ihr ein oder andere von euch vielleicht noch aus der Jaybreak-Zeit? Da gab es nämlich ähnliche Themes ebenfalls mit den gleichen Namen. Dann haben wir hier einmal Big Sur, also orientiert an macOS und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall einige und es gibt auch eine Premium-Version, um eben noch weitere dazu zu bekommen. Diese hier sind aber alle kostenlos, die ich euch jetzt gezeigt habe. Die könnt ihr ganz einfach antippen und daraufhin das Profil auf eurem iPhone installieren. Also ihr geht hier auf Install und daraufhin müsst ihr hier einmal auf Zulassen gehen und dann wurde dieses Profil auch schon geladen. Ihr könnt die App einmal verlassen und daraufhin öffnen wir hier einmal die Einstellungen. Gehen dann hier unter Allgemein einmal etwas weiter nach unten zu VPN und Geräteverwaltung und dann seht ihr auch schon, dass ich hier eben eins installiert habe. iOS 6 Classic müssten wir dann hier einmal installieren und daraufhin einmal unseren Code eingeben und im Anschluss gehen wir hier noch einmal kurz auf Installieren und dann können wir auch schon auf Fertig gehen. Und jetzt wurde dieses Profil installiert und wenn wir jetzt hier einmal schauen, seht ihr schon, dass diese ganzen App-Icons hier eben entsprechend installiert wurden und wir können diese jetzt natürlich öffnen und dann öffnet sich auch die entsprechende App und so könnt ihr natürlich eure gewünschten App-Icons ganz einfach austauschen und so eben dann euren Homescreen gestalten. Diese einzelnen Apps bzw. Lesezeichen könnt ihr dann ganz einfach natürlich auch wieder löschen. Also ihr könnt hier gedrückt halten und auf Lesezeichen löschen gehen und daraufhin wird dieses dann auch gelöscht. Alternativ habt ihr aber auch die Möglichkeit in die Einstellungen zu gehen und daraufhin erneut zu Allgemein, scrollt wieder herunter zu VPN und Geräteverwaltung und dann geht ihr hier auf das jeweilige Profil rauf, geht auf Profil entfernen, gebt hier wieder kurz euer Passwort ein und daraufhin müsst ihr hier nur noch einmal auf Entfernen tippen und dann wurde dieses Profil auch schon entfernt und wenn ihr hier jetzt wieder die Einstellungen verlasst, dann ist eben hier dieses Theme mit all den Icons wieder gelöscht und hier ist jetzt nur noch das, was ich vorher installiert hatte. Wenn ihr eure App-Icons noch individueller gestalten möchtet, funktioniert das zum Beispiel über die Kurzbefehle-App. Dazu geht ihr einfach oben auf das Plus, auf Aktion hinzufügen und hier gebt ihr dann einfach einmal App öffnen ein, also App öffnen, wählt das Ganze hier aus und daraufhin könnt ihr hier eure gewünschte App ganz einfach auswählen, also je nachdem, was ihr eben öffnen möchtet, was ihr verändern möchtet, wie zum Beispiel hier den Apple Store, dann könnt ihr im Anschluss hier einmal auf diesen kleinen Pfeil gehen und daraufhin könnt ihr einmal das Ganze natürlich umbenennen, also in diesem Fall wäre es eben Apple Store, das solltet ihr dann hier einmal kurz auswählen, damit ihr auch wisst, um welche App es sich handelt, daraufhin erneut auf den kleinen Pfeil und dann geht ihr einmal zum Home-Bildschirm hinzufügen und könnt dann hier auf dieses Icon rauftippen und dann könnt ihr hier ganz einfach auf Foto auswählen gehen und dann irgendein beliebiges Foto von eurer Galerie auswählen, welches ihr zum Beispiel im Internet gefunden habt oder welches ihr selber erstellt habt in Photoshop oder so und könnt dann eben so ganz einfach eure individuellen Icons erstellen, geht danach auf hinzufügen und dann wurde auch schon genau dieses Icon hier hinzugefügt, wie ihr seht, App Store bzw. Apple Store und je nachdem, was ihr dann eben für ein Foto ausgewählt habt, wird dieses dann hier angezeigt, dort könnt ihr rauftippen und dann öffnet sich hier ebenfalls diese App. Der einzige Nachteil bei dieser Variante ist eben, dass hier oben einmal kurz die Kurzbefehle-App per Push sozusagen anzeigt, dass sie geöffnet wurde und das ist eben der Nachteil dieser Variante. Eine kleine weitere Empfehlung möchte ich euch gerne noch geben und zwar die App Ritchie und mit dieser könnt ihr unzählige Homescreen-Widgets hinzufügen. Der einzige Nachteil ist, dass der Name Ritchie unter dem jeweiligen Widget angezeigt wird. Ansonsten gibt es hier aber wirklich eine Vielzahl an spannenden Widgets. Verlinke ich euch natürlich auch gerne unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne einmal schauen, ob da irgendwas passendes, spannendes für euch mit dabei ist. Da gibt es unzählige Anwidgets, die man auch bearbeiten kann, die man entsprechend individuell anpassen kann und dann eben hinzufügen kann. Auch dort benötigt man zum Teil eine Premium-Variante, damit man mehrere als Anwidget hinzufügen kann. Wenn man das Ganze aber erst einmal ausprobieren möchte, dann reicht auch vollkommen die kostenlose Version. Zum Beispiel könnt ihr hier so etwas wie das Watch-Interface, der Apple Watch auswählen, was ebenfalls ganz cool ist und dann natürlich diese ganzen einzelnen Apps dann auch öffnen, antippen und daraufhin werden die eben geöffnet. Da gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten, den Homescreen zu gestalten und da ist Ritchie auf jeden Fall immer eine der besten Apps, die man durchaus empfehlen kann. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Überblick geben, wie ich meinen iOS-Homescreen gestalte. Ich finde besonders hier MD-Blank mit diesem Widget extrem cool und ich wurde auch schon häufig von euch gefragt, wie ich das Ganze denn gemacht habe, da ich dieses Widget auch schon in einigen Videos verwendet habe und die Kombination mit Moloko oder eben natürlich auch über die Kurzbefehle-App die App-Icons zu verändern, finde ich ebenfalls sehr spannend und daher dachte ich, ist das auf jeden Fall ein ganz interessantes Video für euch. Wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch weitere Ideen, Apps oder Ähnliches habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!